Am 27. September startet der Prozess gegen drei Afghanen, die für den Tod der 13-jährigen Leonie verantwortlich gemacht werden. Hinterbliebenen Anwalt Florian Höllwart hätte gern eine Mordanklage gesehen. Doch die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauch einer Unmündigen vor. Dem Ältesten der drei droht lebenslange Haft. Die beiden Jüngeren haben maximal 20 Jahre zu erwarten. Es geht aber auch um Geld. Und hier teilt Anwalt Höllwart Österreich mit, dass er die Schmerzensgeldforderungen auf 100.000 Euro ausweiten werde. Per Instagram hatten die drei Angeklagten die 13-Jährigen nach Wien gelockt und sie mit acht Ecstasy-Tabletten, sieben davon dürften sie erheimlich verabreicht haben, wehrlos gemacht. Stundenlang wurde das Mädchen vergewaltigt. Die Eltern von Leonie hoffen jedenfalls auf volle Härte, wollen aber die Öffentlichkeit vom Prozess ausschließen. Es sei ohnehin schon viel zu viel bekannt, was ihrer Tochter an Abscheulichkeiten widerfahren war, so die Eltern.